Ein Logo macht Kopfkino. Es weckt Assoziationen, Erinnerungen, schafft Bindung. Die Baptisten im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden haben ein neues Logo. Es macht deutlich, wie Baptisten Kirche verstehen. Glauben bedeutet Freiheit und im Zentrum steht das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus. Das neue Corporate Design des Bundes zeigt das bereits bestehende Logo des Christusforums Deutschland zusammen mit dem neuen Baptisten-Logo. Beide Konfessionsgruppen werden so auf den ersten Blick sichtbar. Jede Baptistengemeinde und jeder Landesverband erhält auf Wunsch ein individuell angepasstes Baptisten-Logo. Das könnt ihr zum Beispiel für Roll-Ups verwenden, für die eigene Internetseite, für Briefpapier, das ihr ebenfalls beim Bund bestellen könnt oder für eure Visitenkarten. Auch dafür erhaltet ihr auf Wunsch von uns Druckvorlagen. Ich habe meine Visitenkarte schon und ihr könnt eure jetzt bestellen. Bis zum nächsten Mal.